...ein gemeinnütziger Verein. Entschuldigung, Entschuldigung, Torsten, 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 es geht nicht nach wie vor Abständen. Bitte macht es woanders, macht es außen. Leute, geht jetzt bitte auseinander, das ist hier keine Partyveranstaltung, die Bilder möchte ich jetzt nicht haben. Bitte macht es außerhalb. Torsten! Torsten, ich bitte dich drum. Vergesst bitte nicht alle, nur weil jetzt hier gerade er seine Bücher verteilt hat. Leute, Entschuldigung, dürfte ich mir jetzt mal bitte um Aufmerksamkeit bitten. Torsten, bitte gehen wir den Büchern jetzt zurück. Torsten, bitte macht es woanders, ich bitte dich jetzt drum, mach es nicht hier. macht es nachher, macht es hinten, macht es außerhalb der Versammlungsfläche, aber bitte nicht hier, weil die Leute leider momentan hier... Entschuldigung, Torsten, bitte, ich bitte dich jetzt drum, mach es... Torsten! Torsten! Torsten, Entschuldigung, bitte, lass das! Nein, was soll das? Wir haben hier Abstandsregeln, macht das wann anders und wo anders. Leute, ich bin immer nur der Anwalt vom Veranstalter, mir macht das jetzt hier gerade keinen Spaß, aber bitte haltet euch an die Regeln. Ist das so schwer? Entschuldigung, Entschuldigung, es ist hier kein Popkonzert, es ist eine Demonstration. Ich habe hier einen gewissen Ruf gegenüber der Polizei zu verlieren und das möchte ich eigentlich nicht. Das ist das eine, wenn 1,5 Millionen Menschen auf dem Platz stehen und der Platz reicht nicht mehr aus. Hier reicht der Platz aus, also bitte haltet euch an die Regeln. Danke. Der war gerade dran, die Ume.